Dracula, das unheimliches Wesen, das jeden vernichtet, der in seine Nähe kommt. Dracula, schreckenerregend, gefürchtet. Dracula, der Vampirmensch, der am Tage in seinem Sarg liegt, nachts aber zum Leben erwacht und Trauen und Angst verbreitet. Sie müssen mir helfen. Sie müssen es tun. Sie sind meine letzte Hoffnung. Ich bitte Sie. Ich befreie Sie. Ich verspreche es. Vater, lieber Bruder. Bitte versuchen Sie es doch einzusehen, dass sie es nicht loszieht, Ihre Schwester. Es ist nur eine Hülle, die besessen und verdorben ist von etwas Bösem. Wie kann dieses Ungeheuer vernichtet werden, das bisher unverletzbar war? Jeder, der seiner Schreckensherrschaft ein Ende bereiten wollte, wurde sein Opfer. Schloss Dracula liegt hier in der Nähe von Waterfield. Können Sie mir sagen, wie ich dorthin komme? Sie wollen bei mir essen. Es ist meine Pflicht, als Wirt Sie zu bedienen. Wenn Sie gegessen haben, muss ich Sie bitten zu gehen und uns in Frieden zu lassen. Peter Kasching als Dr. Van Helsing entschlossen, Dracula zu vernichten. Michael Gaff als Arthur Holmwood, der um das Leben seiner Frau und seiner Schwester bangt. Carol Marsch als seine Schwester Lucy. Melissa Stribling als Mia, seine Frau. Und Christopher Lee als Dracula, der alles Böse in sich vereint. Daniel Marsch, Presents Was macht Erk месяц? Sie können sich für ihrだ substance come zum Armistiec. Dann vorfere ich Ihnen. Und in all meinen Uns milyon Massicherungiéke End TT. São installiert uns things in der Nähe von five Uhr. Aber wie kann Sie vor die Märkte inrijkтесь gehen? better kann nicht mehr so sein. Untertitelung des ZDF, 2020